Hallo, eine kurze Einleitung, damit ihr mal wisst, worum es geht und mit wem ihr es überhaupt zu tun habt. Ich würde mal sagen, ich bin relativ normal. Ich bin auf jeden Fall eher unpolitisch. Ich bin auch kein Jurist. Beruflich mache ich Softwareentwicklung, bin Ingenieur. Und ja, würde eigentlich am liebsten mich mit Politik und Juristerei gar nicht rumschlagen. Aber ich sehe im Moment einiges sehr kritisch und habe auch das Gefühl, dass das irgendwie kaum jemand anspricht. Und dementsprechend versuche ich hier einfach mal ein bisschen Bewusstsein zu wecken, Erklärungen zu liefern und habe die Hoffnung, dass ich damit vielleicht was bewirken kann. Ich bin in keiner Partei, mache das auch nicht für eine Partei oder ähnliches. Ich mache das auch nicht nur wegen der aktuellen Situation, sprich Corona. Ich sehe das schon wesentlich länger kritisch, wobei natürlich die aktuelle Situation das Ganze noch verstärkt. Also einiges, was ich ansprechen werde, hat natürlich indirekt damit zu tun. Ich werde auch im weiteren Verlauf nach einer allgemeinen Erklärung auch noch mal ein paar Beispiele bringen. Ich werde das versuchen, immer in einzelne Teile aufzuteilen, damit das Ganze nicht zu lang wird und dann einfach eine Liste machen, die man sich nacheinander anhören kann. Ich werde das Ganze als MP3 zur Verfügung stellen, dass man es wie als Art Hörbuch oder Podcast überall mit hinnehmen kann oder eben hier auf YouTube, falls es jemand darüber gucken möchte. Ich denke, das war es auch schon mit der Einleitung. Wie gesagt, ich versuche auch die weiteren Teile nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, sondern eher dann immer einzelne Abschnitte zu machen, auf die man gegebenenfalls verweisen kann. Ich hoffe, ihr hört mir ein bisschen zu. Ich bin natürlich auch froh über Rückmeldungen, um eure Meinung zu sagen, um zu sagen, was vielleicht nicht eurer Meinung entspricht. Man sollte da mit Respekt umgehen. Also wenn irgendjemand da, sag ich mal, aus der Spur fällt, dann werde ich das einfach ignorieren oder den Kommentar löschen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich nicht akzeptiere, wenn irgendjemand nicht meiner Meinung ist. Das ist eins der Sachen, die ich heutzutage viel zu schade finde. Also nur weil man unterschiedlicher Meinung ist, heißt das nicht, dass man verfeindet sein muss. Man muss drüber reden. Man kann versuchen, die Leute zu überzeugen. Letztendlich muss man es aber auch akzeptieren, wenn irgendjemand anderer Meinung ist. Und solange sich das Ganze in einem vernünftigen Rahmen bewegt und nicht in irgendeiner Art und Weise extrem oder, sag ich mal, menschenverachtend wird, dann muss man das ertragen können, auch wenn jemand nicht der Meinung ist. Ja, dann kommen wir mal zur eigentlichen Sache. Ich habe mir als Motto oder als Aufhänger dafür ein lateinisches Sprichwort oder eine Rechtsregel ausgesucht. Und zwar heißt das Abusus non tolit usum. Ich bin jetzt kein Lateiner, weiß nicht, ob das korrekt ausgesprochen ist, aber ich bin da vor einiger Zeit drüber gestolpert. Und ich finde die Idee dahinter sehr, sehr wichtig und viel zu wenig beachtet heutzutage. Auf Deutsch heißt das sowas in der Art wie Missbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf. Wir haben sowas eigentlich auch in der deutschen Gesetzgebung. Das ist das sogenannte Verhältnismäßigkeitsprinzip. Und das findet meiner Meinung nach zu wenig Beachtung in letzter Zeit und durch vielerlei Sachen ersetzt, die ich eben kritisch sehe. Und da möchte ich jetzt mal so ein bisschen darauf eingehen, warum ich das wichtig finde, was die Auswirkungen sind oder was stattdessen getan werden müsste. Das ganze Thema hängt auch mit dem Begriff Freiheit, Rechte, Pflichten und Ähnlichem zusammen. Ich hoffe, es ist nicht zu trocken. Tut mir den Gefallen, hört ein bisschen zu und versucht das wirklich mal zu verstehen, worum es geht. Und vor allem auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann sowas heutzutage aus dem Ruder läuft, was meiner Meinung nach eben viel zu oft passiert. Also was bedeutet das eigentlich oder was wollten selbst die Leute vor sehr, sehr vielen Jahren, die eben diesen Ausspruch Abusus non tollit usum geprägt haben, uns damit sagen? Es geht darum, dass fast jede Freiheit, die man einem Volk, einer Gruppe gewähren kann, auch in irgendeiner Art und Weise missbraucht werden kann. Von Einzelnen, von der ganzen Gruppe, wie auch immer man das sehen will. Wichtig dabei ist einfach, dass man nur, weil die Möglichkeit von Missbrauch besteht, nicht einfach alles verbieten kann. Wie gesagt, das geht dann über in das Verhältnismäßigkeitsprinzip, was eigentlich meiner Meinung nach sehr gut in unserem Gesetz aufgehoben ist. Das ist jetzt schon sehr juristisch, aber ich versuche mal darauf einzugehen. Im Prinzip geht es darum, dass wenn Maßnahmen ergriffen werden, gerade Maßnahmen, die in die Grundrechte eingreifen, eben in die Freiheit von Personen oder der ganzen Bevölkerung, da muss es einen legitimen Zweck geben. Das heißt, es muss einen wirklichen, faktischen, nachvollziehbaren, erklärbaren Grund geben, warum eine Maßnahme oder eine Tat ergriffen wird. Die ganze Sache muss natürlich eben einer Gelegenheit entsprechen, dass das Ganze geeignet ist, um diese, sag ich mal, Sache, die man versucht zu verhindern, auch wirklich zu verhindern. Also man kann nicht irgendwas machen, was überhaupt nichts gegen das ursprüngliche Problem tut. Es muss erforderlich sein. Also das heißt, das Gesetz sieht vor, dass es auch wirklich notwendig ist, dass diese Maßnahme ergriffen wird. Wichtig bei der Erforderlichkeit ist auch, gibt es nicht andere oder mildere Mittel, die geeigneter oder genauso gut geeignet sind, das gleiche Ziel zu erreichen. Und es muss auch angemessen sein. Also das heißt, ist der Schaden oder das, was ich damit, also den Schaden, den ich abwenden will oder das, was ich erreichen will, ist das Verhältnismäßigkeit mit dem, was ich überhaupt aufwenden muss, zum Beispiel an Einschränkungen, Verboten, Ähnlichem, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist in der Theorie eigentlich soweit ganz, ganz gut beschrieben. Und ja, ich habe das Gefühl, irgendwie haben die meisten Leute das heutzutage vergessen. Auch wenn ich gesagt habe, die Beispiele kommen später, vielleicht mal ganz kurz inzwischen Beispiele eingeschoben, wo ich zugegebenermaßen auch persönlich betroffen bin, wo ich das aber eigentlich ganz gut finde, daran festzumachen. Und zwar gibt es hier bei uns in der Nähe immer wieder Motorradfahrer, die sich nicht an die Geräuschvorschriften halten. Sprich, die haben entweder getunte oder illegale Auspuffe drauf, fahren mehrfach mit viel zu hoher Drehzahl hier durch die Gegend und verärgern die Anwohner. Das ist natürlich nicht in Ordnung. So, was wurde jetzt als Maßnahme ergriffen oder vorgeschlagen? Und zwar ein komplettes Fahrverbot für alle Motorradfahrer. Und das ist meiner Meinung nach ein Paradebeispiel dafür. Ich werde in den anderen Videos noch mehr Beispiele dazu bringen und noch tiefer darauf eingehen. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Es ist verboten, zu laute Motorräder zu haben. Es ist verboten, zu schnell zu fahren und rücksichtslos zu fahren. Und diese Verbote existieren. Und es macht keinen Sinn, nur weil diese Verbote nicht eingehalten werden, ein weiteres Verbot zu erlassen, was dann eine komplette Gruppe diskriminiert, nur weil Teile davon sich daran nicht halten. Und das ist in allen Bereichen wichtig. Wie gesagt, ich werde noch weitere Beispiele liefern. Aber das jetzt nur mal damit jemand, falls er bis jetzt noch nicht so verstanden hat, worauf das hinauslaufen soll. Auch nicht nur eingeschlossen auf Motorräder, weil das ich mich jetzt betrifft, sondern ich sehe das genauso bei Fußballfans, wo dann alle Fans nicht mehr ins Stadion dürfen, weil ein paar Idioten sich komplett daneben benehmen. Und da gibt es noch ganz, ganz viele Sachen mehr. Jetzt erst noch mal die drei Hauptpunkte, die mir wichtig sind, zu erklären. Erstens, warum ist das wichtig und gefährlich? Und deswegen muss man sich da Gedanken drüber machen. Was sind die Auswirkungen, wenn man sich nicht daran hält? Und was sollte meiner Meinung nach stattdessen getan werden, beziehungsweise was sieht das Verhältnismäßigkeitsprinzip auch eigentlich vor? Das Erste ist, warum ist das wichtig? Warum ist es auch mir wichtig? Mir ist es unheimlich wichtig, weil wir immer mehr dazu tendieren, dass wir Gruppenbildung innerhalb der Gesellschaft haben und diese Gruppen dann gegenseitig diskriminiert, sich diskriminieren oder diskriminiert werden oder abgewertet werden. Wie aus den Beispielen eben vorgegangen, sehe die Fußballspieler. Sehr, sehr wenige Leute benehmen sich daneben und eine ganze Gruppe muss darunter leiden. Das ist schlimm. Es gibt auch nicht immer eine Paradelösung, aber wenn eine Gesellschaft dann irgendwann dazu neigt und sagt, okay, wir kommen jetzt irgendwie nicht so spontan weiter oder wir haben keine gute Idee und dann gehen wir eben auf diese komplette Gruppe los, dann ist das unheimlich schwierig und unheimlich kritisch. Es gibt zum Glück auch Sachen, die im Moment nicht so funktionieren oder wo der Großteil der Gesellschaft dann schreit und sagt, nee, so geht das nicht. Nehmen wir jetzt als Beispiel Ausländerfeindlichkeit, wo dann wenige Leute sich natürlich daneben benehmen. Also ich bin der Meinung, es gibt einfach, genauso wie es bei jeder anderen Gruppe Leute gibt, die sich daneben benehmen, gibt es auch Ausländer oder Migranten oder Asylbewerber, was auch immer, die sich einfach daneben benehmen. Ja, aber das ist eine Minderheit und da ist wichtig und richtig, dass gesagt wird, man kann nicht pauschal alle verurteilen und sagen, ja, die müssen jetzt alle raus oder was auch immer. Aber genauso ist es bei den ganzen anderen Gruppen auch, also sei es Motorradfahrer, Fußballfans, was auch immer. Wir dürfen es eigentlich nie zulassen, dass eine Gruppe durch Taten von irgendeiner Minderheit definiert und dann eben diskriminiert oder ausgegrenzt wird. Man muss immer versuchen, auch wenn ich jetzt vorgreife, was muss man stattdessen tun, aber das will ich jetzt direkt einbringen. Man muss immer versuchen, die eigentlichen schädlichen Taten, Sachen, was auch immer, direkt zu bekämpfen, also die Ursachen zu bekämpfen und nicht zu verallgemeinern. Neben der Gruppenbildung ist es auch meiner Meinung nach ganz kritisch in manchen Bereichen, weil dann so eine trügerische Sicherheit kommt und sagt, wir haben ja was getan. Klar, wenn ich jetzt überhaupt keine Fans mehr ins Fußballstadion lasse, dann wird beim nächsten Spiel auch nichts passieren, weil es ist niemand da, der randalieren kann. Aber ob es beim übernächsten Mal nicht wieder genauso ist, das kann keiner sagen und ich würde mal fast sagen, es wird demnächst wieder passieren, weil man hat ja eigentlich nichts gegen die Ursache getan, außer einen Rundumschlag zu verteilen und 99 Prozent der Leute unberechtigterweise den Spaß zu nehmen. Ähnlich sehe ich es mit den Motorradfahrern. Natürlich wird es vielleicht manche treffen, die dann sagen, wenn ich gar nicht fahren darf oder wenn die Fahrverbote vielleicht kontrolliert werden, dann fahre ich gar nicht mehr und dann mache ich auch nicht unnötig Krach und dann hat man vielleicht ein bisschen was erreicht. Auf der anderen Seite kann es genauso gut passieren, dass die Leute, die sowieso illegal unterwegs sind, sagen, scheiß drauf, ich fahre weiter. Und nur die, die eigentlich sowieso sich vernünftig verhalten, Angst haben, dann erwischt zu werden und sagen, nee, da ist ja verboten, dann muss ich zu Hause bleiben. Auch ist das eine Sache, wenn man dieses Prinzip, dieses verhältnismäßige Prinzip weglässt, dann ist so ein Stück weit auch die Tür zur Willkür offen. Das heißt, ich kann ja im Prinzip dann alles zum Anlass nehmen, um irgendwelche Gruppen, Leute, was auch immer, irgendwelchen Verboten, Geboten einzugrenzen, einzuschränken oder denen was aufzuerlegen, ohne dass es in direktem Zusammenhang stehen muss. Also ich kann ja dann Sachen konstruieren und sagen, okay, weil das nicht funktioniert, dann mache ich halt was anderes und das trifft jetzt die Gruppe, weil mir fällt nichts Besseres ein und deswegen muss ich das so machen. Das sind Sachen, das kommt mir teilweise bei der Corona-Politik so vor, auch wenn ich da in einem anderen Video nochmal separat für eingehen möchte. Aber das sind Sachen, das ist ganz, ganz schwierig und ganz, ganz schlimm, weil wenn wir erstmal auf dem Weg sind und uns daran gewöhnt haben, dass wir sagen, ja, okay, kann ja passieren, ja, dass im Prinzip die Grundlage für so Entscheidungen keine Fakten sind, sondern entweder die Hilflosigkeit, weil jemand zu blöd ist, sich eine vernünftige Regel auszudenken oder die Regelung durchzusetzen, die es schon gibt oder weil es einfach eine Ideologie ist und jemand Entscheidungen trifft, weil er für sich in seinem Kopf eine bestimmte Zielgruppe hat, wo er sagt, die mag ich nicht und deswegen muss ich die jetzt einschränken. Ja, dann ist das ganz schlimm und das darf auf keinen Fall passieren. Wir dürfen auch nicht gucken und sagen so, ja, okay, das betrifft mich jetzt ja nicht oder wir passen auf und sagen, okay, wir gucken, dass es die Ausländer nicht betrifft oder dass es die Juden nicht betrifft, weil das war schlimm, das hatten wir in Deutschland schon mal. Nein, wir müssen das im Prinzip für jede Gruppe machen. Das ist völlig egal, weil wenn sich das erstmal durchgesetzt hat und eingebürgert hat, dass wir so Regelungen zulassen, dann kann das auch ganz schnell in irgendwelche Richtungen gehen, wo man dann auf einmal selbst betroffen ist oder wo Gruppen betroffen sind, die es definitiv nicht verdient haben. Und deswegen muss man auch, wenn es jetzt Gruppen sind, wo man eigentlich sagt, naja, ist nicht so schlimm, die blöden Motorradfahrer, die machen hier nur Krach und Dreck und dann sollen sie halt nicht mehr fahren, ja. Kann ja sein, dass jemand so denkt. Muss nicht sein, aber kann ich jetzt auch nicht unbedingt verdenken, wenn man selbst die Faszination und den Spaß am Motorradfahren nicht hat, dann ist das vielleicht einfach nur nervig. Aber genauso ist man selbst vielleicht jemand, der gerne in Urlaub fliegt und dann sagt auf einmal irgendjemand so, ja, CO2-Scheiß und das Flugzeug braucht auch keiner mehr. Und dann bist du auf einmal der Nächste, der zu einer Gruppe gehört, die irgendwas verboten kriegt mit Teilweisen oder gar keinen Fakten dahinter, einfach nur, weil irgendjemand aus seinem Ideologiehaus entschieden hat, das gefällt mir jetzt nicht und deswegen handeln wir so. Und deswegen sollte jeder sich angesprochen fühlen, auch wenn er noch nicht direktes Ziel oder Mitglied einer Gruppe ist, die eben Opfer von so einer Willkür wird. Was sind die Auswirkungen, wenn wir es doch zulassen würden? Ganz wichtig, es wäre eine Tür offen in Richtung deutliche Einschränkung der Freiheit. Das Thema Freiheit ist sehr komplex, da werde ich nochmal einen separaten Teil draus machen. Ich rede jetzt nicht von der Freiheit, dass eine Einzelperson machen kann, wozu sie Lust hat, sondern ich rede im Prinzip von der Freiheit einer ganzen Bevölkerung, eines ganzen Landes und dass das wichtig ist. Weil nur wenn ein Volk in einer freien Gesellschaft lebt, funktioniert Demokratie und funktioniert es, dass wir nicht irgendwann auf einmal uns in der Situation befinden, die es in der Vergangenheit schon gab, wo das Ganze furchtbar schief geht. Und dazu ist es eben wichtig, dass die Freiheit nicht eingegrenzt wird und dass wir nicht es zulassen, dass auf Grundlage von Ideologien ohne Fakten irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Das nächste ist, durch diese Gruppenbildung entsteht eigentlich immer Hass und Hetze, weil die Gruppen dann untereinander sagen und den Schuldigen suchen. Also dann sind es die Motorradfahrer, die sagen, ja, das sind ja nur die blöden Grünen, die uns das Motorradfahren nicht gönnen und dann ist da direkt eine harte Front und es hat keiner mehr Lust, miteinander zu reden. Und die anderen sagen, das sind ja die scheiß Motorradfahrer, die kriegen es ja jetzt auch verboten und mit Recht. Und dann hat man so zwei Gruppen und das geht mit allem. Das geht dann mit Elektroautos gegen Dieselfahrer und das geht dann mit irgendwelchen... Ich verschone euch jetzt mit weiteren Beispielen, ihr wisst, was gemeint ist. Es ist schwierig und vor allem wird es immer eine Minderheit finden, auf die sich einschlagen lässt. Das Problem ist, wenn man das Spiel lang genug treibt, ist jeder von uns irgendwann mal Teil von irgendeiner Minderheit. Und wenn man das nicht versteht, dann spielt man das Spiel so lange mit, bis man selbst betroffen ist und wenn man Pech hat, ist es dann zu spät. Dann ist der Start schon so unfrei und das System schon so, sag ich mal, vor die Wand gefahren, dass man da auch nicht mehr ohne weiteres rauskommt. Und das ist eine ganz große Gefahr, die ich daran sehe. Die weitere Gefahr ist, dass durch solche Gesetze, wie zum Beispiel dann ein Fahrverbot für Motorradfahrer oder dass die Leute nicht mehr ins Stadion dürfen, dass der Unbedarfte, der nicht beteiligt ist, also der weder an der Entscheidung beteiligt war, dass das Fahrverbot zustande kommt, noch der, der davon betroffen ist, sondern einfach, was weiß ich, der Wanderer, der weder Motorrad fährt, noch sich für die Entscheidung interessiert. Der sieht aber dann so, ey, das ist jetzt hier verboten und kriegt zumindest unterbewusst so das Gefühl, das hat ja bestimmt einen guten Grund, dass das verboten ist, also sind Motorradfahrer böse. Und das ist eine Art Kriminalisierung, weil wenn es richtig laufen würde, dürfte es keine Verbote geben gegen eine ganze Gruppe, wenn nicht die ganze Gruppe in Anführungszeichen böse oder gefährlich ist. Aber genau das passiert dann und der Unbedarfte nimmt das dann auf und dann hat man wieder dieses Problem von vielleicht nicht Hass und Hetze, aber zumindest einer unterbewussten Kriminalisierung oder einer Ablehnung, weil jemand eben zu einer Gruppe gehört, die auf einmal eingegrenzt werden muss, in Anführungszeichen, obwohl sie es eigentlich gar nicht müsste. Das Problem ist auch dann, wenn man Teil dieser Gruppe ist, die diskriminiert wird, hat man dann meistens kein Verständnis, wenn die Sachen nicht auf Fakten basieren. Also ich persönlich zum Beispiel, wenn jetzt da hier an den betreffenden Stellen krasse Verkehrskontrollen wären, also so richtig Samstag, Sonntag mal für ein paar Wochen hintereinander durch, jeder wird rausgeholt, es wird eine Geräuschmessung gemacht und die Dinger werden sofort stillgelegt, wenn irgendwas nicht passt. Dann würde ich sagen, natürlich nervt mich das. Aber ich habe Verständnis dafür, weil ich weiß um die Problematik, die kann man den Leuten zur Not ja auch noch für Ort erklären, wenn es keiner weiß. Und ich weiß, ich habe ein legales Motorrad, ich halte mich an die Vorschriften und dann muss ich zwar die Kontrolle ertragen, aber danach darf ich wieder fahren und dann ist gut. Wenn solche Regelungen kommen, wo man genau weiß, ich bin jetzt betroffen, obwohl ich überhaupt nichts getan habe. Und wenn ich dann Teil dieser Gruppe bin, die im Prinzip unberechtigt, eingeschränkt oder unterdrückt wird oder was auch immer, dann klar, vielleicht lasse ich es mir gefallen. Vielleicht denke ich aber auch nur einfach, das ist komplett daneben und ich kann überhaupt nichts dafür und suche dann einfach nur nach Auswegen oder nach Lücken im Gesetz und sage, naja, das ist ein dämliches Gesetz, aber wenn ich so und so mache, dann passiert mir nichts, dann kann mir keiner was und dann mache ich es halt. Und im Endeffekt erreicht man damit dann auch so, gerade auch was Aktuelles, was Corona vielleicht angeht, erreicht man eine Haltung von Leuten, die die Situation noch schlimmer macht, als sie sowieso schon ist. Ja, nur weil man die Leute sauer fährt und ihnen im Prinzip ein Brett vor den Kopf haut, obwohl sie es gar nicht verdient haben, was man verhindern würde, wenn man, sage ich mal, auf faktenbasierte und zielgerichtete Verbote, Regelungen, was auch immer, machen würde. Und damit eben das eigentliche Problem machen würde. Ich sage mal, bis auf einen ganz, ganz, ganz geringen Teil der Bevölkerung, der eben wirklich komplett daneben ist, ja, ist ja eigentlich jeder so, dass er sagt, wenn jetzt eine Regelung kommt, die sinnvoll ist und man begründen kann, okay, aus dem und dem Grund sollst du das jetzt nicht mehr machen, weil es ist gefährlich für dich oder gefährlich für andere oder was auch immer. Und zwar jetzt nicht nur in einem Einzelfall, sondern wirklich so, dass es das ganze Land betrifft. Dann gibt es kaum einen, der sagt, ne, das ist mir egal, ich will das trotzdem machen. Ja, wenn ich aber eine Regelung mache, wo ich sage so, naja, vielleicht könnte ja möglicherweise und egal und jetzt darf keiner mehr. Dann gibt es eben viele Leute, die sagen so, verstehe ich nicht. Warum? Warum? Ich kann nichts dafür. Ich würde es sowieso nie schlimmer machen, als es sowieso schon ist. Ich verhalte mich vernünftig. Wieso soll ich mich jetzt an die Regel halten, obwohl sie keinen Sinn macht? Und das ist eine ganz, auch ganz schlimme Auswirkung, wenn ich dann eben im Prinzip so eine, ja, Politikverdrossenheit ist so ein ausgelutschtes Wort. Aber wenn ich eben diese, diese Einstellung in der Bevölkerung dadurch erreiche, dass sie irgendwann sagen, die erlassen eh nur dämliche Gesetze und ich gucke einfach nur, wie ich damit am besten durchkomme. Aber ich, ich richte mich nicht mehr nach der Sache. Ich versuche nicht mehr ein gemeinsames Ziel zu erreichen, dass es allen besser geht. Und das ist das, was auch ganz, ganz schlimme Auswirkungen wäre. Und das Letzte, was mir noch dazu einfällt, ist einfach, dass es meistens so ist, dass wenn ich solche, sag ich mal, wenig sinnvollen Regelungen erlasse, dass ich damit eine ungeheure Bürokratie in Aufwand und Kosten erzeuge, die in keinem Verhältnis stehen zu dem, was ich überhaupt erreiche. Und die deutlich geringer wären oder zumindest sinnvoller eingesetzt werden mit einem größeren Erfolg, wenn ich mich auf das eigentliche Ziel und auf die Ursache des Problems fixieren würde, anstatt einfach mit einem großen Hammer einmal rundum zu schlagen. Ja, und das Dritte, was ich ansprechen wollte, war, was muss stattdessen getan werden oder wie wäre es richtig? Da werde ich zu den ganz konkreten Beispielen nochmal eine separate Folge machen und einiges aufzählen und sagen und versuchen auch zu begründen, was eigentlich dann faktisch richtig ist zu tun und was eben nicht getan werden sollte. Ganz allgemein ist es so, dass meiner Meinung nach ein Verbot nie nur mit dem Scheitern eines anderen Verbotes begründet werden darf. Weil damit kann ich im Prinzip jede Situation konstruieren und das ist wieder diese absolute Richtung Willkür. Das heißt, nur weil ich, was weiß ich, nicht Sinn kriege, Leute zu kontrollieren, dann muss ich eben im Zweifelsfall mehr Beamte einstellen, die Kontrollen durchführen. Ich kann aber nicht auf eine Gruppe oder im schlimmsten Fall auf das ganze Volk losgehen und sagen, naja, wir haben ja nicht genug, um A, B zu kontrollieren, also verbiete ich jetzt C auch noch und jetzt darf keiner gar nichts mehr. Ja, ich weiß, dass das schwierig ist, auch gerade in der aktuellen Corona-Situation wird ja sehr viel in alle möglichen Richtungen gebrüllt, was alles dürfte, nicht dürfte, was auch immer. Das will ich jetzt gar nicht so weit breit treten, aber Teile davon sind da auch drin. Also wichtig ist es halt, man muss im Hinterkopf haben, ein Verbot darf nur erlassen werden, wenn es verhältnismäßig ist. Ja, das heißt, es muss geeignet sein, es muss die Ursache bekämpfen und die Ursache darf nicht sein, ein anderes Verbot ist gescheitert. Dann muss ich das andere Verbot verbessern oder muss die Durchsetzung verbessern oder muss rausfinden, warum es gescheitert ist. Aber ich kann nicht einen Verbotsstapel generieren und sagen, naja, solange ich es nicht auf die Reihe kriege, verbiete ich eben einfach alles weiter. Das nächste ist eben, was ich eben schon mit einfließen habe lassen, es ist immer ganz wichtig, ich muss Ursachen bekämpfen, nicht Auswirkungen. Wenn ich Zahnschmerzen habe, auch wenn es unangenehm ist, muss ich zum Zahnarzt gehen und gucken lassen, warum tut der Zahn weh und was dagegen tun und nicht anfangen, einfach nur Aspirin zu futtern ohne Ende. Und genauso darf das mit Gesetzen nicht sein. Wenn irgendwelche Sachen auftreten, dass irgendwelche Sachen passieren, die unangenehm sind für die Gesellschaft, für die Politik, für die Polizei, was auch immer, dann muss ich rausfinden, woran liegt das und was sind die Ursachen, wo ist das wirkliche Fehlverhalten, wo ist die Quelle davon. Man muss dagegen vorgehen und kann nicht einfach nur versuchen, oben irgendwie einen Deckel drauf zu machen. Hauptsache, ich habe das jetzt erstmal von der Backe und völlig egal, ob ich damit eben 90% Unschuldige auch in den Topf mache und den Deckel drauf halte. Was in das Nächste fließend übergeht, niemals verallgemeinern, niemals einer ganzen Gruppe die Schuld geben. Ich habe es ganz am Anfang schon mal angesprochen, ich selbst persönlich hatte auch schon ganz schlechte, unangenehme Erfahrungen mit ausländischen, nicht deutschen Mitbürgern, wo ich sage, da kann jeder drauf verzichten, das möchte niemand erleben, aber man darf nicht hergehen und darf sagen, nur weil ich sowas einmal erlebt habe, ist die ganze Gruppe jetzt, egal ob das jetzt Ausländer sind oder ob ich das weiterspezifiziere auf irgendein Land oder irgendeine Herkunft oder ein Glauben, nein, man kann nie sagen, die ganze Gruppe ist dafür verantwortlich, das funktioniert so gut wie nie. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo man wirklich eine sinnvolle Verallgemeinerung auf eine ganze Gruppe machen kann, außer jetzt vielleicht Terrororganisationen, wo man dann sagen kann, okay, man muss gegen die ganze Gruppe vorgehen und genauso ist das bei allen. Es sind die Fußballfans, die Motorradfahrer, was auch immer, es ist niemals die ganze Gruppe, die Probleme macht und deswegen darf auch nie auf die ganze Gruppe verallgemeinert werden und die Gruppe muss die Schuld tragen. Das funktioniert nicht. Es muss immer geguckt werden, wo ist die Ursache und es muss dagegen vorgegangen werden. Was auch ganz wichtig ist, jetzt habe ich gerade Terrorgruppen angesprochen, es ist schlimm und furchtbar, wenn wirklich irgendwo Amokläufe oder Terrorismusanschläge, was auch immer, passieren. Aber es ist ein ganz schlechter Ratgeber, wenn man dann am gleichen oder am nächsten Tag so eine Art Reflexverbot macht. Also wir hatten jetzt einen Terroranschlag und oh Gott, wir müssen was tun und dann verbieten wir alles, was auch immer. Wir verbieten alle Waffen, wir verbieten SUVs, die über den Weihnachtsmarkt fahren oder was auch immer. Das wird nicht funktionieren. Also Reflexverbote sind nie gut und treffen immer mehr als die Leute, die es verdient haben. So schlimm solche Einzelereignisse sind, muss man immer gucken, dass man die Hintergründe herausfindet und dass man auch da gegen die Ursachen vorgeht. Und das Letzte bei all diesen Punkten muss immer beachtet werden, dass das Ganze kontrollierbar und nachvollziehbar ist. Also dass ich jederzeit faktisch darlegen kann, warum dieses Verbot wichtig ist und warum dieses Verbot nötig ist, um die Ursache XY zu bekämpfen. Und wenn das nicht funktioniert, sei es nur, weil irgendjemand sagt, die Zahl habe ich mir halt jetzt ausgedacht oder ich nehme die Zahl XY, weil was auch immer, Tempolimit, Inzidenzwerte, was auch immer. Dann ist dieses Verbot nicht der Verhältnismäßigkeit entsprechend. Ich muss einen Fakt haben, einen stichhaltigen Beweis, wo ich sagen kann, hier ist X und ich muss Y tun, um Schaden oder was auch immer abzuwenden. Und Y ist das einzige oder das geeignetste Mittel und steht damit in direktem Zusammenhang. Und das ist unheimlich wichtig und dabei ist eben die Kontrollierbarkeit und auch die Nachvollziehbarkeit für die Bevölkerung ist auch ganz wichtig. Also dass nicht nur Juristen verstehen und dann sagen, okay, das Verbot ist in Ordnung, weil es eben dem Verhältnismäßigkeitsprinzip entspricht, sondern dass auch ein Normalbürger verstehen kann und kann sagen, ja, okay, XY verursacht Schaden an der Stelle und um diesen Schaden abzuwenden, muss eben Z getan werden. Und das ist ungeheuer wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten und dass wir versuchen, das in allen Bereichen des Lebens durchzusetzen und dass jeder versucht, auch dazu beizutragen. Ich weiß, dass das manchmal nicht einfach ist. Ich weiß, dass man als Mensch dazu neigt, zu verallgemeinern. Ich denke, das hat so ein bisschen was mit der Historie zu tun und dass vielleicht der Urmensch auch nicht mit dem Säbelzahntiger diskutieren konnte, sondern dass halt der überlebt hatte, der gesagt hat, scheiße, das Vieh sieht böse aus, ich renne. Und das ist ja, im Prinzip hat sich das durchgesetzt. Das heißt, wir sind wahrscheinlich von der Art her schon Wesen, die zu Vorurteilen neigen, weil vor 10, 20, 50.000 Jahren, was auch immer, haben die mit den Vorurteilen in Anführungszeichen überlebt. Und die, die das ausdiskutieren wollten oder erst mal ausgucken wollten, ob wirklich jeder Säbelzahntiger böse ist, die wurden halt gefressen. Aber wir sind da lange drüber hinaus. Wir sind in wesentlich komplexeren Gesellschaftsformen und das funktioniert nicht mehr. Wir können nicht mehr reflexartig verallgemeinern und sagen, die Gruppe ist böse. Hat einer was böse getan, dann sind die bestimmt alle so und deswegen auf sie. Das funktioniert nicht und das müssen wir unterdrücken. Und ich habe im Moment halt das Gefühl, dass gerade die Leute, die das wissen sollten, also Politik und auch ganz speziell die Medien, dass die eher in die andere Richtung treiben, als versuchen, dieses Verhältnismäßigkeitsprinzip durchzusetzen und hochzuhalten. Und das ist das, was mich ungeheuer besorgniserregend stimmt und warum ich auch der Meinung bin, ich muss das jetzt hier mal von mir geben, einfach als Versuch, ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, dass jeder so ein bisschen mit dran denkt und guckt, auch wenn ich nicht direkt betroffen bin, ist das was Gutes, wenn jetzt hier eine Gruppe allgemein aufs Dach kriegt oder ist das einfach nur Hilflosigkeit oder Dämlichkeit von demjenigen, der die Entscheidungen trifft und tue ich dann was dagegen oder trage ich es zumindest nicht mit? Weil ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass jetzt nochmal als letzter Satz oder als letzter Teil, bevor ich für diese Sache Schluss mache, ich glaube nicht, dass wir irgendwas erreichen werden, indem wir hetzen, indem wir uns gegenseitig aufstacheln, indem wir uns Angst machen lassen oder indem wir in wilden Aktionismus verfallen und was weiß ich, versuchen uns einer Gruppe, die wir für am vernünftigsten halten, anzuschließen und mit aller Macht das durchzudrücken, was diese Gruppe will. Ich denke, dass was wichtig ist, damit eine Demokratie gerade auch in der heutigen Zeit funktioniert, ist, dass jeder Eigenverantwortung übernehmen muss. Das heißt eben, dass man auch als Einzelperson nicht in diesen, sich von diesem Reflex anstecken lässt, dass wenn die Medien oder die Politik in irgendeine Richtung zeigt und sagt, die sind jetzt gerade wieder böse und die müssen, dass man dann eben Kontra gibt, dass man sagt, dass man im Zweifelsfall den Medien sagt, weißt du was, ich schaue dich nicht mehr, ich höre dich nicht mehr, ich möchte nicht aufgehetzt werden, ja, egal in welche Richtung. Dass man den Parteien in irgendeiner Art und Weise mitteilt und sagt, ich möchte nicht, dass ihr Politik macht, die ideologiebasiert ist, ich möchte Politik, die faktenbasiert ist, ja. Und das ist egal, ob es um Migration geht oder um Klimawandel oder um Finanzwesen oder Europa oder was auch immer. Ich könnte von jeder Partei Beispiele aufführen, wo ich sage, das ist absolut Ideologie und nicht faktenbasiert. Und auch wenn es vielleicht manchen Leuten gut tut, sowas zu hören, weil sie sich vielleicht bestätigt fühlen oder weil sie unter manchen Sachen leiden, ist genau das, was wir nicht machen dürfen. Wir müssen jeder für sich verlangen, dass das Ganze faktenbasiert bleibt. Und wenn wir selbst mal in die Situation kommen und sei es nur noch so kleines Rädchen irgendwo in der Verwaltung, im was auch immer, dann kann jeder dazu beitragen, auch wenn er es vielleicht nicht für wichtig hält, aber wenn das alle machen, dann wird es besser. Dass jeder sagt, das passt nicht und jetzt nehme ich eben mal mein Rückgrat und stelle mich dagegen. Das heißt nicht, dass ich eine Revolution starte oder dass ich gewalttätig werde oder was auch immer, aber dass ich im Zweifelsfall nicht nur, weil es einfacher oder bequemer ist, irgendwas mache, was mein Chef sagt oder was die Verwaltung von mir will oder sonst irgendwas, sondern dass ich im Zweifelsfall nachfrage, dass ich diskutiere, dass ich mir im Zweifelsfall Hilfe hole von jemandem, der Sachverstand hat. Nicht jeder von uns kann über alles Bescheid wissen. Ich werde in späteren Themen vielleicht nochmal drauf eingehen, über Sachen, wo ich wirklich Bescheid weiß, durch meinen beruflichen Hintergrund, durch mein Studium, was auch immer, wo ich sagen kann, da kann ich sagen, dass Ideen der Politik völliger Schwachsinn sind, weil es einfach technisch nicht realisierbar ist. Ja, und genauso wird es andere Leute geben, die im medizinischen Bereich oder die im juristischen Bereich wesentlich mehr Ahnung haben als ich. Und wenn jeder von uns hergeht und sagt, hier weiß ich faktisch, das ist nicht richtig und deswegen lasse ich es nicht geschehen oder versuche zumindest das, was in meiner Macht steht, dagegen zu tun, die Aufmerksamkeit darauf zu richten oder die Leute anzusprechen, die damit um die Ecke kommen und sagen, das funktioniert so nicht, lasst uns drüber reden. Erklär mir, warum du das willst und ich erkläre dir, warum es nicht funktioniert und bringe vielleicht einen Vorschlag, was wir machen könnten. Ja, das ist unbequem, das ist anstrengend, aber das ist das, was wir brauchen, wenn wir wollen, dass eine Demokratie funktioniert. Wir können nicht zur Wahl gehen, wir zu Beichte und sagen, naja, jetzt wähle ich die eine oder die andere Partei, weil ich will, dass was gegen die EU oder für die Umwelt oder was auch immer getan wird und damit bin ich dann raus und brauche mich umsonst nichts mehr zu kümmern. Wenn wir das machen, dann wird die eine oder andere Partei irgendwann zu viel Ideologie an den Tag legen und wir werden uns ganz, ganz schlimm umgucken. Und deswegen finde ich es ungeheuer wichtig, dass ich eben hier so ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema richte und dass jeder im Hinterkopf bitte behält, was ist Verhältnismäßigkeit und bei allem so ein bisschen dran denkt, Abusus non tolit usum.